Heute bin ich auf meiner Integrationstour mit dem Motto Fördern und fordern in Oberösterreich in einem Wertekurs des Österreichischen Integrationsfonds. Uns ist wichtig, dass Integration auf drei Ebenen startet. Zum einen die Arbeitsmarktintegration, zum zweiten der Deutschkurserwerb und zum dritten die gemeinsamen Werte des Zusammenlebens vermitteln. Wenn man nach Österreich kommt, dann legt man diesen Werterucksack nicht einfach an der Grenze ab. Daher ist es so wichtig, mit Flüchtlingen über unsere Werte zu sprechen und ganz klar zu vermitteln, wo auch die Grenze der Toleranz ist. Denn Österreich ist ein Land mit einem starken Wertefundament und das wollen wir auch an Zuwanderinnen und Zuwanderer vermitteln.